Hallo, mein Name ist Michael und ich werde Ihnen einen kurzen Überblick geben über HalloKasa und wie die Webseite funktioniert. Wenn Sie HalloKasa besichtigen, werden Sie direkt auf die erste Seite kommen und werden als erstes ein paar Immobilien sehen und ein paar Profile. Sobald Sie sich oben das Menü anschauen, können Sie sehen, dass Sie entweder auf die Liste der Immobilien klicken können oder auf die Liste der gesamten Profile, die inseriert wurden. Genauso können Sie auch schauen, dass Sie die Sprache ändern oder eben auch gerne die Währung. Des Weiteren können Sie sich einloggen, ich bin bereits eingeloggt oder Sie können eben auch sich registrieren und dann direkt ein Inserat umsonst aufgeben. Wenn wir nun auf Immobilien klicken, sehen Sie alle Inserate, die bereits eingegeben wurden und können auch dementsprechend filtern nach dem gewünschten Land, nach der Art der Immobilie oder nach weiteren Filtern, wenn Sie es etwas spezifischer filtern möchten. Des Weiteren können Sie auch nach der Karte suchen, können Sie schauen, in welchem Gebiet Sie am Verlusten nach Immobilien suchen und dementsprechend dann auch draufklicken und sofort eventuell ein paar Informationen erhalten. Wenn wir nun zum Beispiel auf die erste Immobilie klicken, sehen wir weitere Informationen. Wir sehen alle Bilder. Wir sehen nochmals den Preis, das Land und weitere Informationen, die vom jeweiligen Benutzer eingegeben wurden. Auf der rechten Seite sehen wir die Immobilienbeschreibung, die wurde jetzt auf Spanisch eingegeben. Da wir den, da wir Alokasa auf Deutsch benutzen, bietet Alokasa direkt die Übersetzung an und wenn wir es jetzt auf Deutsch übersetzen möchten, übernimmt Google Übersetzer die Arbeit und übersetzt dies direkt. Auf der weiteren rechten Seite sehen wir auch einen kurzen Ausschnitt, wo die Immobilie sich befindet und eben auch direkt der Kontakt der Person, die diese Immobilie, dieses Inserat aufgegeben hat. Dementsprechend kann man auch sofort auf die E-Mail-Adresse klicken und die jeweilige Person direkt kontaktieren. Momentan arbeiten wir an einer Chat-Funktion. Das erlaubt dann den Benutzern direkt diese Person zu kontaktieren und innerhalb von Alokasa mit dieser Person sofort zu chatten. Des Weiteren, wenn wir jetzt auf alle Profile klicken, dann sehen wir alle Profile, die inseriert wurden und wenn wir jetzt zum Beispiel, diese können dann auch gerne gefiltert werden nach dem jeweiligen Land oder der Sprache oder einer Kommunikation derer. Des Weiteren können wir auch auf die jeweilige, das jeweilige Profil klicken und eben schauen, wen wir uns vielleicht oder wen wir eventuell kontaktieren möchten. Wenn wir jetzt schauen, dann bekommen wir weitere Informationen. Jedes Profil kann oder jeder Benutzer kann Informationen inserieren, zum Beispiel die E-Mail-Adresse, das Telefon, also die Telefonnummer, Skype, die Skype-Adresse, LinkedIn-Profil und auch eben die Webseite und kann dann dementsprechend direkt kontaktiert werden. Des Weiteren kann auch jeder Benutzer angeben, welche Sprachen er spricht und dementsprechend dann auch die Beschreibung in der jeweiligen Sprache angeben. Das ist eigentlich ein kurzer Überblick über Hallo Kasa. Wir freuen uns auf Fragen. Falls Sie Fragen haben, freuen wir uns auf E-Mails oder auf direkte Kommentare hier unter dem Video. Wir hoffen, dieses Video gibt einen kurzen Überblick und bedanken uns für Ihre Anteilnahme. Vielen Dank.